Sonnenstich 2 Ich musste unbedingt hin. Also betrat ich den unteren Bahnhof, wartete auf den nächsten Zug, doch ehe der Einfuhr wurde mir plötzlich bewusst, dass ich noch im Bett lag. Nun entschlossen beschloss ich mich zu entschließen, entschlossen zu handeln und geschloss schließt es jetzt endlich Gott sei Hand, einen Entschluss zu beschließen. Nach dem Frühstück, ich pflegte ein leckeres Rührei zu bereiten, um es genussvoll einem breiteren Publikumskreis präsentieren zu können, doch leider waren die Pforten des Hygienemuseums geschlossen. Danach dem Bautzner Senfeigebot, es den Legebatterien untersagt wurde, Eier zu konstruieren, welche denen identisch sein könnten, die sich zur Rührei-Produktion entschlossen. Haben Sie das jetzt verstanden? Jedenfalls entschloss ich mich nach dem Frühstück erneut, den unteren Bahnhof aufzusuchen, denn ich musste unbedingt hin. Als ich den einrollenden Zug vernahm und ich noch schnell eine Zigarette drehte, die ich bereits vorrätig in dem entsprechenden Etui aufbewahrte und ich, bevor ich sie anzündete, um sie zum Erglimmen auszuerküren, wagheil sich einen mir sehr bekannt vorkommenden Unbekannten die Frage stellte, »Wie spät ist es?«, statt zu fragen, hätten Sie mal Feuer, kam mir die Idee, diese Geschichte, die ich Ihnen gerade versuche zu erzählen, aufzuschreiben. Ich griff zur Schublade, öffnete diese und packte den Füllfederhalter am Kragen und den daneben liegenden Impfausweis. Darinnen steht geschrieben, das Heute ist anders als das Restern und das Morgen nicht so wie das Heute. Hoffentlich. Enttäuscht legte ich das Kreuzwort-Rätselheft zurück in den mir inzwischen so liebgewonnenen Nähkasten zurück und bebreitet mir ein leckeres Spiegelei, in dessen Gelb ich mich wertigerweise wiedererkannte und begann, mich rasieren zu wollen. Doch es kam ganz anders. Statt zum Rasierapparat zu greifen, bewog es meine rechte Hand, die linke war mit etwas anderem beschäftigt, womit das zu erwähnen möchte ich der Laserschafter sparen, bewog es meine Hand, äh, auf dieser Vorgang sollte in diesem Fall aus moral-ethnologischen Gründen keinerlei genaueren Erörterungen sein, weil, naja, wie das Leben eben so spielt, nicht wahr? So, da saß ich nun, mich bei zu wagen, erster Klasse, versteht sich, und ich schaute sehr beschaulich aus dem Küchenfenster. Draußen waren die Tische schon gedeckt und die ersten Gäste kamen. Da fiel mir doch ein, dass ich vergessen hatte, die Speisenkarten auf den Tisch zu verteilen. Besorgt rief ich die Druckerei an, doch die war aus hygienischen Gründen geschlossen worden, weil sie keine Maske trug. Der Zweifel griff ich wieder in die Schublade, um in meinen Orientierungsplan schauen zu wollen, doch der Rasierapparat war gerade zur Reparatur, wegen schlechten Bildempfangs. Wie dem auch sei, ich bestellte ein Schaum-Omelett-Konfitur, ein Glas Kokosöl und rieb mich, nachdem mir der Schlafwagenschafter das Gewünschte zu wünschen übrig blieb, mit letzteren ein, damit ich keinen Sonnenbrand bevorzugen musste, denn ich lag am Badestrand gleich neben der FKK-Kamerobe, wo ich mir die entsprechende Entkleidung auslieg. Gegen 8.47 Uhr erwachte er, verließ missmutig seine Hängematte, denn er musste Lineatur Nummer 6, Planko 16, Platt, Wiener 5. So einfach ist das, murmelte er in seinen wegrasierten Vollbart. Gegen 8.58 Uhr verließ er sein Kinderzimmer und draußen vor der Tür erwarteten ihn schon seine zwangsadoptiv Großeltern, um ihn ins Unerziehungsheim einweisen zu lassen. Besorgt musst du nun, werte Leser, Schaar, diesen tragisch wirkenden Zeitungsartikel, lieber geschrieben auf Papier aus verantwortungsvollem Quellen, wahrnehmen. Doch dann kam Alejandro III.